Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus. Aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Ähm, das ist von Bill? Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, ähm, hier. Na, weg, das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh. Wow. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ähm. Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin nicht mal müde. Oh nein, nein, nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Oh, Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, Lord, if you hear me. Oh, ich kann. Oh, wie du dann mal. Oh, Mann. Okay. Oh, dear. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017